Was ist eigentlich mit Roblox Rainbow Friends los? Wir warten schon so lange auf Kapitel 2. Gibt es Neuigkeiten? Rainbow Friends Kapitel 1 war zu seiner Hype-Zeit eins der beliebtesten Roblox-Games. Und dann haben wir ganz lange nichts mehr von den Entwicklern gehört. Irgendwann haben wir rausgefunden, dass die Entwickler noch ein Game mit dem Namen Spider gemacht haben. Auch das war ultra beliebt und hat dann nie wieder ein Update bekommen. Aber was bedeutet das für Rainbow Friends? Und was bedeutet das für Kapitel 2? Das letzte Update der Entwickler haben wir im November bekommen. Hier schreiben sie, die Regenbogenfreunde sind noch nicht fertig mit euch. Bald News für Kapitel 2. Das war im November. Das ist fast ein halbes Jahr her. Und vor ein paar Tagen haben wir endlich Neuigkeiten bekommen. Und zwar haben die Entwickler dieses Bild hier auf Twitter gepostet. Was einen großen blauen Thron zeigt. Ist das vielleicht der neue Thronsaal von Blue? Mehr Infos haben wir noch nicht, aber es sieht so aus, als wäre Kapitel 2 in Arbeit. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch so gespannt seid, was in Kapitel 2 wohl passieren wird.